Das Notebook Packard Bell EasyNote TM87 wird mit Windows 7 Home Premium in 64-Bit ausgeliefert. Damit sind die insgesamt 4 GB Arbeitsspeicher voll nutzbar. Die Intel CPU Core i5-430M arbeitet mit zwei physischen Kernen bei einer Taktfrequenz von 2,26 GHz. Dem Betriebssystem stehen insgesamt vier Kerne zur Verfügung. Zwei davon sind virtuell. Die Schnittstellen entsprechen der typischen Ausstattung. Das DVD-Laufwerk liest und schreibt DVDs und CDs. Die DirectX 11-taugliche Grafikkarte Arti Mobility Radeon HD 5470 hat 512 MB eigenen Videospiecher. Der Bildschirm stellt 1366 zu 768 Pixel dar. Das ist weniger als die Full-HD-Auflösung, aber mehr als die 720p-Auflösung. Das glänzende LED-Display ist 39,6 cm groß. Das entspricht 15,6 Zoll.